Okay, schönen Kino. Nee, ich hab noch mehr, sorry. Facebook löst die Marke Oculus auf. Und Oculus, beziehungsweise Facebook, kickt Parma Lucky, der Erfinder. Das war auf jeden Fall der Markt. War das jetzt 8 oder 15? Kann sein. Und als allerletzte AfD kriegt mindestens 20% bei der Bundestagswahl. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, tut mir einen Gefallen, wählt die nicht. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, tut mir einen Gefallen, wählt die nicht. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, tut mir einen Gefallen, wählt die nicht.